Die Autos. Mir gefällt es einfach, dass man sich frei bewegen kann. Das ist Mathilda, die Teammitgliederin, die auf die Namen trifft. Mathilda, meine Tochter, war damals ein Jahr und da habe ich gesagt, mir fällt eigentlich nichts wirklich Gescheites ein. Und Racing heißen irgendwie alle. Aber dann nehmen wir halt den Namen meiner Tochter und daraus ist dann Mathilda Racing gekommen. Meine Freundin musste damals mit dem Baby mit hoch zum Autorennen. Also sie hat im Prinzip den Benzinduft schon direkt nach der Muttermilch als erstes mit geschnuppert. Ja, es war natürlich schon ein bisschen schräg, wenn du mit dem Kinderwagen an einer Box... Papa, Papa! Wofür sind diese kleinen Knöpfe da? Also, das ist ganz einfach. Guck mal, da ist das Ding da dafür. Da kann der Papa, wenn er da drauf drückt, dann habe ich Funk. Dann kann ich hier mit dem Mikro... Ich weiß doch nicht, aber es kann sein, dass ich Rennfahrerin werde. Ich glaube, eine solche Entscheidung, ob sie Motorsport machen will, kann sie später treffen. Das kann sie auch mit 10 und 12, das kann sie dann schon ein Stück weit selber bestimmen, ob sie das machen möchte. Und wenn sie es machen will, gut, ich kenne das Risiko. Ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Ist das gar nicht her, Freund, du hast keine Schnauze ever reмоgt. Da ist ja nicht, ich kenne dich, der Computermalistie wird einfach nicht so gut. Däumen hoch geht, dass es dich auf den Geräusch verändert. Wie refiniert mich nicht, wo man die Schnauze macht? Äh, Alter. Du bist. Jägen.